Seit wann sind Sie denn alleine? Seit April. Der ist ja da gelegen. Ich bin ja so ein Pipi, kann nicht allein bleiben. Das ist so schwer. Haben Sie ihn geliebt? Nein, geliebt. Das ist schon zweierlei geliebt. Nein? Nein, nein. Eigentlich nicht. Offen und ehrlich nicht. Wie soll denn der neue Partner sein? Gepflegt muss er sein. Ich bin auch immer gepflegt, wenn ich wo hingehe. Da muss ich wenigstens waschen. Die Hosen wechseln muss er auch den zweiten Tag. Und die Schuhe müssen geputzt werden. Tut mir leid. Weil meiner, der hat keine Schuhe putzen können. War er sauber wenigstens? Nein, nein. Das war er. Ich will ihn nicht ausrichten. Manchmal, wenn er recht müde war, hat er sich nicht. Er hat gesagt, du kommst sowieso. Du stinkst ja. Überhaupt nicht drauf. Der war ja der Ketterauer. Der hat die Zigaretten ja gefressen. Wollen Sie gerne verwöhnt werden? Ja. Wäre nicht schlecht. Also man streichelt, ja. Wird schon wieder gut. So wie man viel hat gesagt. Ja. 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 Ja.